Überall und immer wieder wird auf die da oben geschimpft. Das ist in Unternehmen überhaupt nicht anders als in der Politik. Die Politiker haben keine Ahnung, die sind auch charakterlich ja nicht gefestigt. Die machen ja alle nur Politik für die Machtelite. Die denken alle nur an ihre Pensionen. Ja, natürlich ist es viel einfacher, seinen Frieden mit den Problemen einer Gesellschaft zu finden, wenn man einfach die handelnden Akteure diskreditiert. Aber das ist doch alles zu wohlfeil und zu billig. Den Hirten egozentrik und schlechte Absichten zu unterstellen, das ist zu kurzsichtig, das ist zu unterkomplex. Klar, es gibt eine leicht feststellbare und auch leicht kritisierbare Dummheit des Handelns, aber die ist ja viel weniger den mangelnden kognitiven Fähigkeiten der Akteure als vielmehr der immanenten Dummheit des Systems geschuldet. Und auf die guten Absichten kommt es schon mal überhaupt nicht an beim Handeln. So verstehe ich auch den großartigen Satz von Dietrich Dörner, der in seinem Buch Logik des Misslingens durchaus die Frage ja offen hält, ob es jetzt nun Intelligenz gepaart mit schlechten Absichten oder doch eher gute Absichten gepaart mit Dummheit sein, die mehr Unheil über die Welt bringt. In dem Sinne, lass uns weniger über gute Absichten Palavern und vielmehr über Systemintelligenz.